Und damit, meine Lieben, sag ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Und genau, in der letzten Folge haben wir die Sequenz 9 beendet und gehen langsam auf das Ende zu, aber halt langsam schleichend. Und da habe ich mir halt überlegt, dass wir das Assassinen-Grab machen in Venedig. Das ist das hier unten. Es gibt noch ein weiteres, das ist das da. Aber wir machen das hier und zwar bei... Ich kann mir den Ort leider nicht immer ständig merken. Und zwar ist es Basilica di San Marco ist das. Dort bin ich drauf. Ich stehe schon mal hier oben parat. Hier musste man auch in der Story bedingt halt auch eindringen. Das heißt, man weiß eigentlich im Grundprinzip, wie man hier dann halt hochkommt, ne? Auf diese Kirche. Ähm, naja. Kirche ist es jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also, von der Ecke hier hinten, von da unten, über diesen Wagen mit Fässern, da hoch. Also hier hinten kommt man dann halt, kommt man halt, wie gesagt, hoch, ne? Und dann braucht ihr halt bloß hier zwischen den Türmen durchlaufen. Dann ist entweder hier die Leiter, ganz stylisch, oder ihr strömt da drunter, aber passt halt auch. Hier oben stehen halt Soldaten. Oh Gott. Ja. Wir gehen einfach ins Grab rein, bevor der Animus endgültig kapiert. Würde ich sagen. Und machen das Assassin Grab. Die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinsiegel finden und daran, dass daran versteckt ist. Hm, hm. Hm. Um aus einer hängenden Position rückwärts zu springen, R2 festhalten und X drücken. Genau. Hm. Amen. Hier muss irgendwo, glaube ich, ein Hebel sein. Weil dann läuft, glaube ich, sogar, dann läuft, glaube ich, die Zeit hier. Da an der Seite. Muss halt nur gucken grad, wo das Rätsel anfängt. Ah! 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 Vielen Dank. Ich glaube, dann wird da irgendwas runtergehen. Ging da, glaube ich, irgendwas runter dann. Puh, da muss ich gerade selber halt erstmal gucken. Ah, genau, das war's. Die vier Tests bestehen. Da hoch. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Da hoch. Ach, die Scheiße, was waren die Sachen? Oh fuck, ich kann nicht versprechen, ob ich's auf Anhieb schaffe. Warum lief er gerade nicht? Bisschen schneller. Ach, was mach ich denn für'n Scheiß? Ich bin glücklich. Wunderschöne. Ich bin glücklich. Kapschen, 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 kapschen. Kapschen, kapschen, kapschen. Hm, was machen wir denn jetzt? Hm. Hm. Was ist denn mal los? Die Ansicht ist natürlich ekelhaft, ne? Nein! Ach, wo springt er dann hin? Ach, verdammte Schein-Mist-Gleister. Komm schon. Ey, ich versteh das nicht. Wieso? Wieso springt er? Ja. Naja, das klingt jetzt bald nichts mehr. Man kann's Gott sei dank wieder neu starten. Ja. 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 aher. Er ist einfach daneben gesprungen. Wie er einfach daneben gesprungen ist. Nee. Kopfschau. Kopfschau, Kopfschau, Kopfschau. Oh, wieder auf der letzten Sekunde, ne? Oh Gott. Ist das ekelhaft. Genau, so wie wir da vorhin gerannt sind, müssen wir es noch mal machen. Ich frag mich da, wieso der da nicht läuft, ne? Oh Gott. Ist das ekelhaftes Rätsel? Jawoll. Sehr schön. und das nächste Logo dreht sich. Ist das ein ekelhaftes Rätsel? Und jetzt das letzte. Oh, wie ich die Steuerung hier manchmal in diesem Spiel gehasst habe. Vor allem, wenn er dann nicht so gesprungen ist, wie man es haben wollte. Diese Ansicht war dann auch damals echt immer noch fies, wenn sich die Ansichten dann auch noch geändert haben. Die Ansichten. Das, das... Das hat mich damals immer extrem aus der Bahn geschossen. Oh, yes. Wir haben das letzte. Heftig. Juhu! Ja, und damit hätten wir das Rätsel fertig, ne? Können wir uns das holen, was uns zusteht? Das Siegel. Und wie es der Zufall will, gibt es da auch einen Ausgang. Siegel von Amunet eingesammelt. Und 1500 Florin. Sehr schön. Ja, das war das Assassin's Creed Grab, ne? Die sind halt manchmal echt wirklich nicht ohne. Also... Vor allen Dingen das mit dieser Zeit und... Also... Puh. Natürlich kommen wir wieder aus dem Gulli-Deckel raus. Mhm. Kommen wir wieder aus dem Gulli raus. Ne, Deckel wieder drauf. Wir waren niemals da. Wir waren niemals drin. Ja, Basilica di San Marco. Erledigt. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und... Vielen lieben Dank, dass ihr es ausgehalten habt. Und dann... Ja, Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn es ziemlich unübersichtlich war. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit trotzdem helfen. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 2 und dann machen wir da weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich tschau tschau.